Liebe Jungs und Mädels, Freunde da draußen, hier ist wieder Stocki, Stockanotti mit dem Mysterie-Checker, voll krass. Stefan, er hat für euch das Hotel abgecheckt, Sportradale Stock. Ja, ist der Hammer, hey, ich hab gar nicht gewusst, dass hier so krasse Hotels gibt, hey, zwölf Saunapool mit echten Wasser und Bunnies und echt, hey, nackerte Leute, überall nackerte Leute. Man ist im Wellnessbereich, nackert, mein Aufguss, heute Aufguss mit Stefan, den Erkan Aufguss. Red Bull Aufguss, voll drauf, man, hey, ist total cool. Hey, ohne Scheiß, Sportradale Stock ist saugeil, ich bewundere deinen Einsatz, Mitarbeiter, alle voll nett, Döner, Hammer, kein, aber Verwöhner und ich find's saugeil, ich komm in Zukunft öfter, schwör. Schwör? Doppelschwör. So. Voll krass. Check, 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 just tot den Stock, endgeil. Das sind nicht mal Kühe, das ist echt krass, irgendwie. Geil? Ja, Döner habt ihr keinen, aber ich hab auch schon lange kein Döner mehr gegessen. Mach's schöner, Döner, im Stock. 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 Ja, Verwöhner. Den Verwöhner Döner. Den Verwöhner Döner. Den Verwöhner Döner. Hol er die auch? Hol er die auch? Check, check, check. Ich steh jetzt neben dem krassen Daniel Stock, ja, der macht den Stock-Einsatz, hat der erfunden, neben sein Onkel, oder? Und das Hotel hier ist der Hammer. Voll cool. Fällt's dir? Okay. Ich halte das Ding, oder was? Ja, ich halte das Ding. Okay. Halten wir es beide, oder? Ja. Okay, cool. Also. Ich komme in Zukunft immer schwör. Äh. Doppelschwör. Doppelschwör. Cool. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020